Herzlich willkommen zu meinem Erklärvideo aus der Reihe Geschichte kurz und einfach erklärt. Heute geht es um das Kapitel der Sezessionskrieg bzw. Bürgerkrieg in den USA im Zusammenhang mit dem Thema Neuzeit. Wie immer findest du in der Videobeschreibung Hinweise, wo du den Text bzw. das Skriptum zum Video und Übungsmaterialien finden kannst. Da du das Video auch anhalten, neu starten oder zurückspielen kannst, wirst du ganz nach deinem eigenen Tempo die Inhalte sicher gut verstehen können. Der Sezessionskrieg, Bürgerkrieg in den USA. In der zweiten Hälfte des 1900s, 1861 bis 1865, kam es in den USA zu einem Bürgerkrieg. An den Kämpfen waren einerseits die südlichen Bundesstaaten, die sogenannten Südstaaten, beteiligt, die für ihre großen landwirtschaftlichen Plantagen an der Sklaverei festhalten wollten und ihre Unabhängigkeit von den USA erreichen wollten. Auf der anderen Seite stand der verglichen mit dem Süden stärker industrialisierte Norden, die Nordstaaten, der für die Einheit der USA und gegen die Sklaverei kämpfte. Da sich die Südstaaten von den anderen Bundesstaaten der USA trennen wollten, wird der Bürgerkrieg auch als Sezessionskrieg bezeichnet. Da der Norden nicht nur über beinahe 3 Millionen Soldaten im Gegensatz zum Süden mit einer Million Soldaten verfügte, sondern auch wirtschaftlich und technisch weit überlegen war, konnte er sich in diesem Krieg durchsetzen. Im amerikanischen Bürgerkrieg starben mit über 600.000 Soldaten mehr US-Bürger als im Ersten oder Zweiten Weltkrieg. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Im nächsten Video geht es dann um das Thema das Entstehen des italienischen Nationalstaates.